Für mich ist Aktivismus ein grundlegender Weg, um soziale Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. Denn sie können sie fühlen, und weil es schuldig ist, dass es nicht anders zu einem Gehirn, oder einem Gehirn oder einem Gehirn, als es zu einem Menschen gibt. Wir haben die Tiere von Moral-Konsideration ausgesucht, und das ist wirklich eine Prejudice. Die Idee ist einfach. Du existierst nicht für mich, und ich existierst nicht für dich. Es ist nicht egal, ob sie die besten Leben in der Welt hatten. Killing an animal so you can eat the animal or you can rear the animal is wrong. Most of us are conditioned never to stop and question and think about what or whom we're putting in our mounts and bodies. I train sometimes 35, 40, 45 hours a week. When I switched over to being vegan, I noticed that immediately my recovery time went down, my energy levels went up. And it's phenomenal now that we're finding athletes switching to veganism, we're mostly vegan, for the benefits. And it's really exciting. Because if athletes can be vegan, then anyone can be vegan, right? They have the most nutritional demands of anyone on earth. Animal-based foods are a problem. Now we do have the protein that can contribute to cancer, also heart disease, increase in cholesterol levels, and a number of other diseases. My relationship to food changed a lot after I went vegan. First of all, I stopped looking at animals as food and animal products as food. So that was an obvious huge change. But that's remarkable for me because I was, you know, I did butchery. I used to slaughter animals in the kitchen. You know, I used to slaughter rabbits and things like that. And that's a huge amount of water pollution, water pollution, rainwater pollution, climate change, everything that causes the consumption. The loss of diversity and diversity. That's all things that we can't do right in the way. And that's all things that we can do right in the way. Yeah. Früher musste ich ja einfach das ausblenden, dass ich sie gerne mache. Das ging einfach gar nicht an. Ich wollte Geld verdienen. Aber ich musste Geld verdienen. Und jetzt sind ja schon Kameraden. Man freut sich, man unterhält sich, man redet mit denen, die freuen sich, wenn ich mich mit denen unterhalte, erzählen mir auch was. Das ist irgendwie ein ganz tolles Zusammenleben.